Hallo, ja jetzt sind wir hier beim Stammtisch in Herne und ja da kann man so Fotos machen, hier zeige ich euch auch mal. Ja, da haben wir hier so einen Knopf und dann so ein Knopf und dann ist hier so das Bild, so und da kann man dann so reinquatschen, ja egal, also wenn es Klick macht, damit wir stillstehen, ja, also solange stillstehen, Klick macht und dann, ja damit das Foto richtig sein, ja, wenn man kein Klick hört, ist das Foto falsch, ja egal, gucken wir mal was noch so ist, ja hier ist noch so ein Laubgebläse, ja wenn man heiß ist, ja wenn ganz heiß ist, dann kann man hier so pusten, ja so mit der Pustemaschine, so und dann haben wir hier noch die Bar mit Drachenblut und so ein Glitzer so, ja, ja und jetzt gehen wir mal raus und raus, ja und gucken raus, mal raus, ja, okay, bis gleich, ja hier ist noch so ein Riesenventilator, ja der ist auch gut, ja, so und da gibt es auch lecker zu essen, ja hier könnt ihr auch was zu essen haben, hallo, ja, lecker, lecker, ja so leckeres Essen, ja und jetzt auch Kartoffeldalat, Würstchen und haben wir den auch den Grill, so, ja, auch alles lecker, ja, 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 müssen wir selber mal herkommen, ja, nicht immer nur YouTube gucken, immer schön herkommen, ja, vielen ist warm, aber die gehen jetzt einen kleinen Sudwalk machen da, ja, ja, wir waren schon, äh, wir waren schon im Schwimmbad und bevor wir hierher gekommen sind, ja, so habe ich ganz vergessen, jetzt kommt der Eismann, ja, da, ja, weil es so warm ist, ja, so warm, ja, jetzt kriegen wir Eis, ja, lecker Eis, ja, oh, da muss ich aber schnell holen, sonst kriege ich keines mehr, nein, ja, lecker, lecker, ja, da würde ich auch mal gerne mit drin sitzen, aber ich passe da nicht mehr rein, nein, da muss die Klimaanlage anmachen, ja, das braucht Hilfe, ja, ja, alles gut, nervös, na ja, ich habe schon laufому, als ich weiß, ja, jetzt mal darken, ja, ich weiß noch was auch auch, ja, das meine Sonnen, ja, ich habe einen SkinCave nach okay, denn verdient uns resell so viel Ja, und wenn ihr da mitgehen wollt, müsst ihr auch mal herkommen. Tschüss! Tschüss! Oh, nein! Aber die können nicht so gut gucken! Tschüss! Ich glaube schon. Das ist schon echt wahnsinnig. Jeeey! 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 Jeeey!